ja hallo heute ein video einer etwas anderen art und zwar hat ein kunde von uns eine knolle bekommen von der polizei und das war eine ganz komische geschichte und ich fand das alles sehr seltsam und da habe ich mich mal für euch etwas schlauer gemacht ob das so korrekt ist und ob das korrekt ist was da gelaufen ist seht ihr gleich nach dem intro viel spaß also zur vorgeschichte der kunde ist ein dachdecker und hat einen sogenannten schrägaufzug das ist eine arbeitsmaschine womit die dachdecker ihre ihre dachpfannen oder nein die dachziegel heißt es ja wirklich aufs dach bringen können und der hat eine ganze zeit lang auf der baustelle gestanden ist dann tüv abgelaufen gewesen und dann sind die mit dem mit diesem schrägaufzug nachdem das fahrt dass das haus fertiggestellt war eben von der baustelle zum tüv gefahren und haben dann neuen tüv bekommen und auf dieser fahrt sind sie gesehen worden und haben eine knolle deswegen bekommen und habe ich gesagt ja ist doch kein problem sag einfach hier ich war auf dem weg zum tüv und dann ist der käs doch gegessen dann ist doch alles gut aber nein er musste tatsächlich die strafe bezahlen und hat sogar einen punkt bekommen und dann habe ich mir gedacht das kann doch so nicht richtig sein und habe mir gedacht ich rufe mal jemanden an der sich damit auskennt also habe ich meinen kumpel christoph angerufen der ist rechtsanwalt bei der kanzlei vogt und habe den mal gefragt ja und hier ist er christoph reuter von der kanzlei vogt und lass mal direkt in das thema einsteigen also problem war eben der kunde hat einen eine knolle bekommen wegen abgelaufenen tüv jetzt die frage natürlich an den juristen ist das korrekt oder nicht ja grundsätzlich ist es so solange das fahrzeug angemeldet ist zugelassen ist braucht es auch tüv und dann ist es vollkommen egal oder hauptuntersuchung tüv wird ja häufig so benutzt sobald es angemeldet ist zugelassen ist braucht es eine gültige hauptuntersuchung und die muss auch regelmäßig aufgefrischt werden und da ist es vollkommen egal was in der zwischenzeit mit dem fahrzeug gemacht wird ob die ganze zeit im straßenverkehr fährt am straßenrand parkt auf einem eigenen grundstück abgestellt ist selbst wenn das grundstück abgeschlossen ist selbst wenn es in der halle steht abgeschlossen tank leer niemals in betrieb gesetzt solange es zugelassen ist braucht es eine gültige hauptuntersuchung und deswegen kann natürlich auch in abgelaufener hauptuntersuchung zu einer knolle führen selbst dann wenn es überhaupt nicht mehr genutzt wurde das fahrzeug hinzu kommt ja noch es gibt eine zweimonatige karenzzeit bis man überhaupt ein verwarnungsgeld oder bußgeld bekommt wegen dem abgelaufenen hauptuntersuchung das heißt selbst wenn es gerade nicht passt das fahrzeug nicht fahrbereit ist man es wieder in gang setzen muss um damit überhaupt damit es überhaupt tüff fertig ist damit es überhaupt verkehrssicher ist kriegt man das ja immer noch rechtzeitig hin um das so fahrbereit und verkehrssicher zu machen das ist wiederum die hauptuntersuchung bekommt ja deswegen ist die begründung ja es stand ja nur hat ja gar nicht am verkehr teilgenommen keine begründung die dazu führt dass da eine geldbuße nicht zulässig ist sicherlich vielleicht kann man mit der argumentation die geldbuße die regel geldbuße ein bisschen drücken aber grundsätzlich bleibt es dabei dass es eine ordnungswidrigkeit ist das heißt auch wenn das fahrzeug oder der anhänger zum beispiel auf dem grundstück steht und gehört jemand anderem der opa fährt nicht mehr damit und man kümmert sich darum irgendwann mal nach einem jahr dass der anhänger tüff abgelaufen ist es besteht immer die gefahr dass man eine knolle dafür bekommt genau solange es zugelassen ist solange es eben angemeldet ist ist der halter dafür verantwortlich dass die hauptuntersuchung immer aktuell ist wenn man jetzt so ein auto hat was noch angemeldet ist und es aus irgendwelchen gründen eben dazu gekommen ist dass das fahrzeug tüff abgelaufen ist weil es irgendwann scheune stand ein oldtimer weiß der liebe himmel was wäre denn juristisch der korrekte weg um das fahrzeug zur hauptuntersuchung zum tüff zur gtü oder zu dekra zu bringen ohne in gefahr zu laufen dass man verwarnt wird kann man nicht man kann dieses risiko nicht ausschließen denn die sache also wie gesagt es gibt ja erstmal eine zweimonatige karenzzeit in der nichts passieren kann das heißt bis zu zwei monate überschreitung des termins gibt es gar keine geldbuße wenn aber auch diese frist überschritten ist dann kann man im grunde nur zähne zusammenbeißen und damit zur hauptuntersuchung fahren in der hoffnung nicht erwischt zu werden denn das thema ist ja nicht nur auf dieser fahrt müsste eigentlich die hauptuntersuchung aktuell sein die hätte ja auch schon wo es da zu hause irgendwo steht vorhanden sein müssen das heißt nicht erst durch die fahrt begeht man den verstoß sondern dadurch dass überhaupt diese frist überschritten ist wie sieht es denn aus wenn man eine werkstatt zum beispiel gut kennt und sich zum beispiel eine rote nummer bei denen ausleiht ist das vielleicht eine gute idee diese sogenannte rote nummer die die werkstatt hat ja das ist ja das sogenannte händler kennzeichen darf halt auch wirklich nur die werkstatt benutzen das sind nämlich genau solche themen mit denen ich dann befasst bin dass es ein bußgeld gibt wenn jemand anderes mit dem roten kennzeichen fährt was nur der werkstatt zugeteilt wurde das geht so ohne weiteres nicht die werkstatt muss das für ihr unternehmen und für ihre überführungen nutzen und nicht anderweitig verleihen das heißt in so einem fall bestünde die möglichkeit dass die werkstatt mit einem mitarbeiter und einem entsprechenden kennzeichen das fahrzeug überführt zur werkstatt aber nicht einfach raus gibt und damit aus der hände gibt und auch aus der außerhalb der kontrolle der werkstatt ist das kennzeichen denn nur ihr wurde es zugeteilt wäre es denn eine option wenn ein fahrzeug ein nicht angemeldetes fahrzeug von einem standort zum tüv überführt werden soll ein fahrzeug transport anhänger zu nehmen das fahrzeug da drauf zu stellen und es eben so als gut also als transport gut zum tüv zu bringen die möglichkeit besteht natürlich immer sobald das fahrzeug nicht mehr auf den eigenen vier rädern durch die gegend transportiert wird nimmt es nicht immer öffentlichen straßverkehr teil es ist eine fracht dann letztlich da brauchen wir weder zulassung noch versicherung dann müssen natürlich die regeln der ladungssicherung beachtet werden ganz klar aber solange das ordnungsgemäß erfolgt braucht es weder zulassung noch kennzeichen noch versicherung ein kompliziertes thema wie wir gesehen haben tut euch selber einen gefallen und achtet auf eure fahrzeug und guckt nach ob die nicht abgelaufen sind vom tüv also zwar die hauptuntersuchung und dann fahrt ihr eben zum tüv zur gtü oder wo auch immer hin und seht dazu dass ihr eine neue hauptuntersuchung bekommt wenn das nicht geht dann müsst ihr abwägen ob ihr das risiko eingeht am straßenverkehr teilzunehmen oder nicht und im zweifelsfalle leitet euch irgendwo ein fahrzeugtransportanhänger und fahrt das das fahrzeug als fracht zu einem tüvprüfer ja ich freue mich sehr euch mal hier ein neues format präsentieren zu können und ich freue mich dass du dir die zeit genommen hast hier juristische probleme mit mir zu erörtern und ich hoffe dir hat das auch spaß gemacht ja absolut vielen dank für die einladung und die gelegenheit möchte ich nutzen auf meinen youtube kanal zu verweisen christoph reuter kanzlei vogt wir kümmern uns halt um verkehrsrechtliche angelegenheiten aller art vom unfall bis zu ordnungswidrigkeiten und mein kanal auf youtube beschäftigt sich eben ausschließlich mit dem thema knöllchen und ordnungswidrigkeiten schaut doch einfach mal vorbei ist unten dann in der caption auch verlinkt ja ich hoffe das video fandet ihr gut und informativ wenn es so ist dann würde ich mich über einen daumen hoch freuen hier kommt ihr zu einem anderen video von mir hier kommt ihr zu einem anderen video von christoph reuter der kanal von christoph reuter ist natürlich in der video beschreibung verlinkt und über dieses logo könntet ihr auch noch ein abo hinterlassen vielen dank fürs gucken macht's gut bis bald tschüss